Es gab mal eine Zeit, da konntest du die Leute fragen, was sie von einer schnellen Korkenzieher-Nummer hoch oben über den Pazifik hielten. Und heute, Freitag Party-People, seid ihr bereit für Verwandlung, Twister 2. Partyboss, transformiert euch! Nein! 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 My Echo, my life is a party, why who is the club? I party like a rockstar, dance until I drop, my love is a party, why who is the club? Brody? Brody? Ja, meine Festplatte ist gleich voll, Waddis! Masti? Ja, mach mal los! Vorstellung! Ich wollte eigentlich was fragen, aber ne, mach los, komm! Ja, mach einfach Vorstellung, du kannst auch mit im Renn fragen! Ja, mach ich ja! Ja, ist klar! Ja, hallo Party-People! Ja, da sind wir mal wieder hier! Bei den Brilli-Boards! Jetzt kommt der Pierre auch noch, oder was? Der Bier-Eck! Ja! Scheißegal, guck, ob er reinkommt! So, wir machen schnell fort! Stellung! Er sammelt wieder dazwischen! So, heute wieder am Start! Hubi! Tobi! Frau Brülli! Extrem Tobi! Balou! Marci! Killer Lady! Und der Welpe! Wo kommt der denn her? Der Welpe Junior! Und euer... Ach ja, Welpe Junior! Ja, der, der... Ich hab den Namen schon wieder vergessen! Ich kann mir gar keinen Namen nennen! Äh, ja, Frico! Ja! Spielen! Elfer Welpe und Star Trek Welpe 2008, muss man jetzt mal bekennen! Haha! Was machen wir, wenn wir noch mehr Leute werden? Ja, es werden immer mehr! Dann, äh... Müssen wir, äh... Ausrangieren! Ja, da... Ihr will kein Help! Wir sind jetzt schon 8 Leute in der Party! Der Junior kam ja auch, und... Der kann ja nicht mehr Party! Und so, das meine ich damit! Jetzt hab ich's wieder so'n schönes Ausfall! Da müsst ihr es bald über den In-Game-Chat machen! Nein! Ich lauf da auf! Ich lauf weg! Auf gar keinen Fall! Endlich steh ich mal! Nicht vorne! Wir fahren rechts! Ah, you will hear the mix! Ah, geht's! Wir fahren Grün! Ich bin 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 Grün! Die Frauen kommen zum Knö! NAH, einen! HAUH! AH! AAAAH! Fik! 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 Die Wandern! Er wird wirklich verdattet! Ich bin drüben gefahren Ey du Killersau Was fliegen die denn da oben? Was ist das? Ach Dösenjäger In der Mix Da fanden jetzt die Gelbengege eigentlich berühren oder? Ja ja, das war ein Ding Ich hab den Punkt verpasst, geil Keiner echt Ich dachte immer, man darf den berühren Ich bin schon 10, dann schon verrückt Ich verrückt auch so Der Rubi hackt So Der hackt mich mal wohl Hey, wie schon kommt ihr hinter uns her? Wow Wow Big Rubi hätte mich mit dir fassen Weg, rachen wir nicht Oh Alter Was kommt denn da jetzt für ne Röhre? Ist das euer Scheißherst? Oh Spirale Oh 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 Ich hab den Snippy überholt Snippy Oh 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 Wir sind keine Junk-Crew, wir sind eine Hacker-Crew ey! Was denn jetzt? Was denn jetzt hier? Was denn jetzt hier? Hier ist gar kein Wasser mehr! Mich fett am Arsch hier! Warum seid ihr alle so schnell? Was macht ihr falsch? Wir hacken alle! Ich glaube, wir gehen zu lassen, Marci... Die Hacker! Marci hat seine X-Box an! Nee, ich mach das aus! Kommt flucht durch! Oh, das kann ich gut genieren! Oh, jetzt gibt es zwei Wege! So viel gespitzt die! Brülli fliegt rechts! Ich bin nix! Nein! Nein! Scheiße! Der hat die den Punkten verpasst, wir sind jetzt gegen Kiezen! Ja! Düsenjäger in ne Mix! Oh, oh! Das finde ich jetzt nicht witzig! Oh, der Unfall neuer Boot! Oh, der Markus, der Untergeber! Wow, 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 das probieren wir. Wollt grad fragen, wo lang? Ehh, wo lang? Wo lang? Ja, ja. Ja? Oh! Vielleicht sollte man die R1 taste benutzen! Das könnte dann vielleicht in die Hose gehen. Da gibt's nicht alles, sollte was ich nicht machen. Ich mag gar keinen Düsenjäger und hinter mir kommen sie schon wieder, hinter mir kommen sie schon wieder, in Dreier-Formation sogar. Auto? Auto! T20! Ziel! Ja, ich bin ja, tschüss. Wow, aber ist so schön. Ich habe so schön aufgeholt auf Marci und auf der Tobi, habe den Jackpot bekommen und mein Auto fliegt erst mal vier Meter neben dem Jackpot. Ja klar. Oh, Brunny! Oh, knapp, 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 knapp! Also ich finde den Laser schwerer zu linken als Hydra. Also ich finde, alles ist leicht zu linken. Ich weiß nicht. Ich bin mehr Hydra-Flieger als der Laser-Jet-Flieger. Ich bin mehr auf der Seite von Shield. Wie von Hydra. Hast du gehört? Ich wollte noch vier Level. Prost! Dann bin ich auf 400. Ja, Prost! Hacker-Hacker-Brülli! Prost! Ja, ja! Ich hack gerne! Ich hab, ähm... Hey! Brülli! Erster, der Brülli! Tobi, zweiter! Marci auf den dritten! Ja! Tobi, wir machen hier YouTube! So, was willst du? Ja, Marci... Guck mal mein Level an! Guck mal mein Level an! Guck mal mein Level an! Drei mal fünf! Ja, dann muss ich noch einschränken! Deswegen sagt er das! Ja, dann noch einschränken! Prost! Frei für alle! Prost! 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 Prülli, Marci, wir brauchen jetzt noch einschränken, ne? Nein, das geht nur für kleine Jumps! Schade! Prost! 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 Ja, wir werden ein Foto zeigen hier für WhatsApp und... Ah, erst mal verabschieden wir uns! So, wir gehen schon wieder runter in die Lobby! Macht's dir gut, meine Partybibel! In diesem Sinne! Sehen wir uns dann im nächsten Video wieder! Ich steh schon in deinem Zaun! Ihr nächsten Jahr auch! Danke schön! Und auf Brülli sehen! Und auf Brülli sehen! Und auf Brülli sehen! Auf Brülli sehen! Nichts hier kommt alles, ne? Ich kann jetzt auch nicht dem Zeitraum sehen! Auf, auf! Auf!